Meine lieben Wähler, meine lieben Wählerinnen, mein Name ist Michael May. Ich bin 54 Jahre alt, von Beruf Polizeibeamter, habe eine erwachsene Tochter und eine ganz liebe Familie. Ich kandidiere für den Kreistag, da ich mich dafür einsetzen möchte, dass die Stadt Eisenach würdig vertreten wird und die Interessen der Stadt mit durchgesetzt werden. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, dass die Geschichte von Eisenach weiter so Bestand hat und die Vergangenheit nicht verdrängt wird. Wenn ihr mich gerne wählen möchtet, ich bin auf der Liste der CDU auf Listenplatz 36. Da könnt ihr gerne eure drei Kreuze machen. Vielen Dank.